Das letzte Stück, wo gerade noch im Hintergrund verumgebaut wird. Und vergesst nicht, um 19.30 Uhr verabschieden wir uns als Band von diesem wunderschönen Veranstaltungsgelände. Es wird sicherlich die einige andere Träne fließen bei uns hinter der Bühne, nicht auf der Bühne. Das wird unprofessionell. Und ja, ich labere hier noch weiter. Vielleicht ist der Umbau beinahe abgeschlossen. Denn das letzte Stück ist ein Lied, das dir den Namen Tanzgeist. Und ich glaube, ach nee, mein Gedächtnis ist so schlecht, aber ich habe nur gute Erinnerungen an Dortmund, an das MPS hier. Und ich bin ziemlich sicher, dass das hier auch einer der ersten Orte war, wo wir einen wunderschönen großen Tanzkreis hatten. Behaupte ich jetzt einfach mal. Und es ist mit 80-prozentiger, 70-prozentiger Wahrscheinlichkeit stimmt das auch. Und seid ihr bereit, Band? Seid ihr bereit, Publikum? Perfekt! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020